Hey Koko! Hey Butze! Was geht? Hey, mir geht's super! Was hast du uns denn hier mitgebracht? Das ist der Fennig Light! Oh mein Gott! Er sieht so light aus! Ist er auch! Mit gerade mal 2,3 Kilogramm ist er ein echtes Leichtgewicht! Und lass mich raten, er ist bestimmt komplett aus Edelstahl! Aus hochhitzefestem Edelstahl aus der Automobilindustrie! Wahnsinn! Ja! Und er hat bestimmt auch den integrierten Grillkamin für die gleichmäßige Hitzeverteilung wie bei den Großen Brüdern! Na selbstverständlich! Und du hast sogar 3 Stufen Höhenverstellung in dem Rost! 3 Stufen? 3 Stufen! In diesem kleinen Ding? In diesem kleinen Ding! Dann ist er bestimmt genauso eine Krustenmaschine wie die Großen Fennec! Na selbstverständlich! Wahnsinn! Koko, warte mal! Oh, ich höre gerade! Es sind nur noch ganz wenige Stück verfügbar! Dann behalt euch! Guckt, unten ist der Counter! Schlagt jetzt zu! Aha! Und damit ihr diesen geilen Grill für zwei Personen überall nicht hinnehmen könnt, gibt es diese schicke Sleeve-Tasche extra mit dazu, wenn sie jetzt bestellen! Die ist immer mit dabei! Oh! Aber wenn sie jetzt bestellen, gibt es diesen praktischen Griff gratis dazu! Zum Verstellen des Rosts mit integrierten Schaber und Flaschenöffner! Wow! Die ist auch immer mit dabei! Okay, dann bestellen sie trotzdem! Jetzt! Hey, wir haben fast alle Fennec-Light mittlerweile verkauft! Also zögert nicht! Oh, Koko! Moment! Wir haben alle Leitungen belegt! Aber auf Leitung 1 ist jetzt Irmgard! Sie hat eine Nachfrage! Hallo Irmgard! Hallo Irmgard! Du bist live im Fernsehen! Hallo! Ich suche einen Partner fürs Leben! Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ja, selbstverständlich Irmgard! Dafür haben wir extra diese wunderbare Blancher-Platte gebaut! Diese kannst du optional in unserem Shop mit erwerben und sie passt perfekt in den Fennec-Light! Ja, hier kannst du Geschlitzendes drauf machen! Oder Spiegeleier! Oder Burger! Hier bleibt kein Wunsch offen! Und außerdem bei uns im Shop erhältlich diese praktische Hitzeschützmatte! Damit schützt du deinen Untergrund vor dem Verbrennen! Und sie ist 100% Asbestfrei! Oh mein Gott, ich krieg schon wieder Hunger! Aber das wollte ich doch gar nicht wissen! Danke Irmgard für deinen Anruf! Vielen Dank.